Durch die Corona-Plandemie und das Erscheinen des Buches Covid-19 The Great Reset von Klaus Schwab ist dieser Begriff, den man im Deutschen am besten mit großer Umbruch übersetzt, in aller Munde. Die gleichgeschalteten Mainstream-Medien versuchen, den Great Reset als Hirngespinst von vermeintlichen Verschwörungstheoretikern abzutun. Doch um was geht es im Kern tatsächlich? Der Finanzexperte und Autor Ernst Wolf brachte das in einem Auf-eins-Interview so auf den Punkt, Zitat Dazu muss man wissen, dass das internationale Finanz- und Konzernkapital, also jene Kräfte, die wir heute als Globalisten bezeichnen, die Welt hinter den Kulissen spätestens seit dem Ersten Weltkrieg beherrschen. Doch ihr Finanzsystem, das seit der Globalisierung der 90er Jahre als Turbo- oder Heuschrecken-Kapitalismus ganze Staaten zu zerstören vermag, ist aufgrund der weltweiten Verschuldung unhaltbar geworden. Der Finanzzyklus ist ans Ende gekommen, was spätestens seit der Finanzkrise 2008 für viele sichtbar wurde. Daher wollen die globalistischen Hintergrundmächte das marode Finanzsystem selber zum Einsturz bringen, um es in, für sie genehme, neue Bahnen zu lenken. Dass dies kein Hirngespinst, sondern durchaus machbar ist, hat die Corona-Plandemie bewiesen. Big Money und Big Data sind das mächtigste Kartell der Weltgeschichte, das unbeschränkt herrscht und über sämtlichen Regierungen dieser Welt steht. So Wolf. Das entscheidende Instrument dieser Herrschaft ist ihre weltumspannende Medien- und Informationsmacht, mit der sie nun auch den Great Reset und damit eine globale Herrschaftsstruktur verwirklichen wollen, die es so noch nie zuvor in der Geschichte gegeben hat. Doch der Great Reset wird für über 99 Prozent der Menschen die totale Enteignung bedeuten. Sie werden nichts mehr besitzen, bekannte Klaus-Schwabs-Weltwirtschaftsforum offenherzig. Doch glücklich, wie man dort behauptet, wird damit niemand sein. Zu den bereits jetzt Armutsgefährdeten und tatsächlich Armen wird sich auch der Mittelstandgesellen, der momentan in die Armut abrutscht. Auch die sogenannte vierte industrielle Revolution, der Totalumbau der Wirtschaft, ist Teil des Great Reset. Sie steht für den schnellen Wandel von Technologien, Branchen und der Gesellschaft im 21. Jahrhundert, der durch zunehmende Vernetzung und intelligente Automatisierung ermöglicht wird. Damit einher geht die Verbindung von Technologien wie künstlicher Intelligenz, autonomem Fahren, Gentechnik und fortschrittlicher Robotertechnologie. Millionen von Arbeitsplätzen werden vernichtet. Und die Lawine von Betriebsinsolvenzen, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nicht sehen will, donnert bereits in Richtung eines sehr tiefen Tals. Dieser große Umbruch, der große Neustart, soll die Grenzen zwischen der physischen, digitalen und biologischen Welt zusehends verwischen. Alles, vom Kühlschrank über das Auto bis hin zum Menschen, soll über das Internet der Dinge miteinander vernetzt werden. Künstliche Intelligenz soll uns in Zukunft alltägliche Entscheidungen abnehmen und natürlich zur totalen Kontrolle dienen, etwa über ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild. Verknüpft wird dieses Sozialpunktesystem dann mit einem digitalen Zentralbankgeld, wie es in China bereits betrieben wird. Damit wird die Masse der Menschen dann über ein ganz und gar nicht bedingungsloses Grundeinkommen geknechtet. Denn die Herrschenden, beziehungsweise eine künstliche Intelligenz, bestimmt dann, wie viel Geld der systemkonforme bekommt und wie viel der unangepasste. Außerdem auch, wofür und bis wann das Geld ausgegeben werden darf oder muss. Leben sollen die Menschen in total vernetzten und dauerüberwachten Smart Cities, und zwar in sogenannten Clusterwohnungen. 25 Bewohner haben je ein Zimmer und teilen sich Küche und Sanitäranlagen. Der exzentrische Milliardär und bekennende Transhumanist Elon Musk hat mit seinen Firmen Star und Neuralink sowohl das Satellitensystem für die Vernetzung bis in die Antarktis, wie auch die Gehirnschnittstelle für den Menschen bereits entwickelt. Und es wird auch noch andere Profiteure geben, und zwar diejenigen, die schon jetzt über aberwitzig hohe Vermögen verfügen und auch im Zuge der Corona-Krise astronomische Geldsummen geschäffelt haben, wie etwa die Milliardäre Bill Gates und George Soros oder übermächtige Kapitalverwalter wie BlackRock oder Vanguard. Die aktuelle Energieverknappung schließt nahtlos an die gewollte Zerstörung der Wirtschaft durch die Lockdowns in der Pandemie an. Schon diese verursachten Lieferprobleme, die die Preise in zahlreichen Branchen in die Höhe trieben und zu Lieferengpässen führten. Ohne Material können Hersteller nicht produzieren, ohne Produktion gibt es keinen Verkauf und somit wurden selbst Betriebe mit vollen Auftragsbüchern in die Insolvenz gedrängt. Die durch die Russland-Sanktionen von den Eurokraten selbst verschuldeten enormen Gas- und Strompreise werden nun massenhaft weitere Betriebe pleite gehen lassen. Das WEF machte aus diesen Plänen kein Geheimnis. Schon im Juni 2020 erschien Schwabs Buch »Covid-19 – The Great Reset«, in dem diese Pläne detailliert dargelegt wurden. Doch in Systemmedien stellt man Journalisten, die darüber berichten, reflexartig in die Ecke der bösen Verschwörungstheoretiker. Womöglich auch deshalb, weil sich viele kaum vorstellen können, dass jemand einen derart bösartigen Plan tatsächlich umsetzen könnte, der nicht nur die bewusste Zerstörung der Wirtschaft beinhaltet, sondern auch millionenfach Opfer und Tote in der Bevölkerung in Kauf nimmt. Die vierte industrielle Revolution, der Transhumanismus und der Great Reset greifen wie Zahnräder ineinander, um das große Ziel der Globalisten endgültig zu erreichen. Nämlich die von ihnen seit langem angestrebte neue Weltordnung. Mit der Schaffung eines Weltstaates und einer Weltregierung, mit der die Milliardärsklicke die totale Macht über den Planeten ausübt. So der Traum der Globalisten, dessen Erfüllung für die Menschheit den Albtraum einer noch nie dagewesenen Sklaverei bedeuten würde.